Heute sind alle Moderatoren anscheinend hier und jetzt schauen wir uns mal alles gemeinsam an. Hallo! Das Wichtigste, bevor wir starten, ist natürlich ein Corona-Test und heute leider Nase und ich hasse das. Ich hasse das. Aber, was muss, das muss. Also erstmal Garderobe, da verschwind ich kurze Zeit und dann Maske, da seid ihr wieder dabei. Jetzt dürft ihr mit reinkommen, jetzt bin ich umgezogen. Kommt nicht. Wenn ich jetzt richtig gut bin, brauchen wir nur 30 Sekunden, dann bin ich wieder raus. Wenn wir 30 Minuten brauchen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie heftig das Ganze live aussieht. So viele Pinsel, die du hier hast, das ist ja Wahnsinn. Die brauche ich alle für dich. Wie, ne? Ja, alle für dich mit dir. Jetzt kommt tatsächlich die Gesichtsmassage, also das ist immer so mein Trick, einfach die Haut. Bevor ich dann Puder draufgebe, einfach perfekt vorzubereiten. Mhm. Wie lange saß Matthias hier? Eine Stunde. Und? Resultat? Wie lange hat es gebraucht? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Und jetzt gehen wir weiter und gucken mal, was Matthias macht. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt kommen wir jetzt ganz leise her. Moin. 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 Alles fit? Ja und selber. Ebenso wie immer. Mein Gott, wie viele Leute da ist. Wir lassen dich in Ruhe. Wir lassen dich in Ruhe. Okay. Weißt du, was das Gute ist? Jetzt kann ich schön abgucken, wie wir das machen. Egal wie du stehst, er sagt immer, es ist sehr schön. Heute ist es wirklich sehr schön. Manchmal lüge ich, heute lüge ich nicht. Ach so, nur heute nicht. Und bitte. Auf 4K 50 Bilder habe ich hier wieder. Nein. Kamera läuft. Zack geht. Jawoll. Ruhe bitte, habt ihr gehört? Und das machen wir jetzt auch. Ich fahre jetzt nach Hause. Ciao. Ciao. Ciao.